Ich bin der Tobias. Ich bin die Sandra. Ich bin der Franz. Ich bin die Ramona. Wir sind die Sternsinger aus Gruß-Eitingen. Und wir fahren jetzt nach Berlin, um bei der Bundeskanzlerin die Diozese Augsburg zu vertreten. Jetzt ziehen wir uns um, um noch ein bisschen Geld im Zug zu sammeln. Mit dem Stern der drei Weisen haben wir uns aufgemacht, um von Haus zu Haus zu reisen, Licht zu bringen in die Nacht. Jesus ist bei uns auf Erden. Er, der uns das Leben schenkt. Dass wir alle glücklich werden, unser Leben gut gedenkt. Freude will er denen schenken, die ihm wie ein Kind vertrauen. Lasst uns alle an ihm denken, hoffnungsvoll wir vorwärts schauen. Wir bitten, helft den Kindern in der Not. Zu vielen von ihnen fehlt das tägliche Brot. Gott segne euch im neuen Jahr. Das wünschen euch Kaspar, Melchior und Balthasar. Wir bitten sie um eine kleine Spende für die Kinder in Not. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Wo ist meine Kutte jetzt runter? Es ist so heiß. Es ist echt warm. Ja, das hat sich auf jeden Fall gegründet. Ja, das hat sich auf jeden Fall gegründet. Unser Rundgang, ja. Meine Damen und Herren, bitte seien Sie vorsichtig hier beim Aussteigerung Berlin-Hopernhof. Sind die Bahnschläge geklappt. Die Bahnschläge Ja, das hat sich auf jeden Fall gegründet. Die Bahnschläge Wir sind jetzt gerade in Berlin angekommen und haben schon was gegessen. Ja, wir haben jetzt aber leider keine Zeit für ein Interview, denn wir müssen jetzt zum Proben für morgen. Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen hier für von Gottes Hand, wir kommen gleich da ein Wort. Ihr könnt alles einmal mitbekommen, die Kampfsred angucken, denn die guckt euch auch an und wirklich Kampfsred. Nach der Probe hat es ja vor allem herausgestellt, dass wir unbedingt noch verschiedene Liedertexte lernen müssen. Vor allem die Strophen dann noch, die einzelnen. Sollte nichts daneben gehen. Tut uns leid, aber wir können jetzt keine Störung gebrauchen beim Lernen von den Texten. Tschüss. Ja, dann. Guten Abend. Tschüss. Tschüss. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Ich freue mich riesig. Jetzt ist es endlich soweit, weil man hat sich schon so lange darauf gefreut und jetzt steht man wenige Minuten zuvor. Das ist total toll, das Gefühl. Einfach ihr so nah zu sein und ihr auch mal die Hand zu geben, weil wer hat schon die Chance. Ich freue mich schon, dass ich jetzt zur Malti gehen darf. Und gerade am Beginn dieses Jahres 2009 seid ihr für uns ein ganz wichtiges Zeichen mit eurer Anwesenheit, weil wir auch in der Politik wissen, dass wir vieles, was wir erreichen wollen, gar nicht alleine schaffen können. Ja, also es hat uns halt riesen Spaß gemacht. War super in Berlin. War schöne Zeit, aber wir müssen jetzt leider heim. Bis dann. Tschüss. 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 Sie hat es schon mir gesagt. Ich bin schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.